Selbstmord-Truppe, wie krass. Wie krass, Alter. So, hier. Schneller. Wie sieht's aus, hier, meine Jungs? Nein, nur die beiden. Der da, Genosse. Das Kommando hat bei Felswa-7 zurückgenommen. Leichten Arten, die Berteuerung. Wie ist der Fallgeist? Strafniki bereit. Nächste Flanke. Alter, wo ist der Fallgeist? Soldaten, wo ist der Fallgeist? Brechen auf, der Strafniki, der Fallgeist! Hey, Marahen. Um Himmels Willen! Okay. Kamen, ihr möchtet jetzt los. Du gehst vor. Sprengladungen auf das Ziel stehen unter Mörderbeschuss. Ich achte, Granate! Sehr gut. Oh, oh. Und Tschüss. Wo erwartet ihr noch? Hau ab, hau ab. Erwarten Befehle. Okay, die 1. Die 1. Die 1. Los. Okay, voll drauf, ja? Theoretisch müsste es reichen. Hauptgeschickt zerstört. Müsste gleich hier drin sein. Sehr schön. Gut gemacht. Die Straftrupps. Die Straftrupps. Die Straftrupps übrigens. Wir gehen mal zurück. Füllen mal auf. Hier müssen wir noch bleiben. Also hier traue ich dem Frieden nicht. Kann mich hier nicht die ganze Zeit... Wir wissen, was da ist. Wir wissen, was da ist. Das sieht mir noch sehr komisch aus hier hinten. Ach, das ist... Okay, holen wir uns die große Pack. Vielleicht kommen wir da ja hin. Mal gucken. Vielleicht kommen wir da hin. Oh, 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 oh. Und rück zu. Panzerabwehrgranate. Okay. Voll drauf. Hier ist eine Basis. Okay, das sieht ganz gut aus. Wie sieht es hier mit euch aus? Macht mal. Wie sieht es hier aus? Okay. Die haben wir im Griff. Das ist die Base. Und weiter gehen wir. Versuchen wir uns mal diese... Große Kanone zu holen. Oh, 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 oh. Und... Okay. Dove Idee. Bolo. Wirf den Mono. Und lauf, 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 lauf. Lauf. Verdammt. Verdammt. Na gut. Okay, da hin. Gut. Flammenwerfer einsatzbereit. Okay, hier geht jetzt mal hier hin. Setz diesen Flammenwerfer in Bewegung. Und jetzt holen wir uns das Ding hier. Dieser Flammenwerfer wird woanders gebraucht. Hier sind keine Feiglinge. Freunde der Nacht. Folgt meinen Spuren, dann wird's einfacher. Vorwärts rücken. Wir haben jetzt Zugriff auf Straftrupps. Setzen Sie diese Feiglinge gut ein. Ja. Aufrüsten. Ähm, wir haben doch hier noch irgendwo so einen komischen Spähwagen gehabt, oder? Was können wir tun? Hier hinten ist ja auch noch eine Kanone. Marschbefehl erhalten. Bewegt dich mal dahin. So, das sieht soweit eigentlich ganz gut aus. Die Ecke haben wir hier im Griff. Flammenwerfer-Trupp, los. Jetzt holen wir uns das hier erstmal. Immer weiter. Immer in Bewegung. Wir versuchen es zumindest. Oh, 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 oh. Infanterie hat uns gesichtet. Sprengladungen. Na, schnell. Sprengladung. Nur ein Straftäck, die kein großer Verlust. Kronate. Komm. Sehr gut, die haben wir erledigt. Ich fühle mich wie beträumt. Okay, ist ja nur Straftrupp. Straftruppen stehen bereit. Keinen Schritt zurück, Genosse. Ja, was ist hier los? Okay. Da kommen sie durch. Wirkt mal ein bisschen vor. Der Feind hat einen unserer Panzerabwehr-Trupps ausgeschaltet. Straftrupps sind nun verfügbar, um fürs Vaterland zu sterben. Okay, dann geh mal dahin jetzt. Beweg dich mal ein bisschen, wenn du kannst. Gut, das ist in Ordnung. Das haben wir gesetzt. Der Feind hat einen Kampfpanzer T-70 eingetroffen. Okay. T-70. Gut. Hervorragend. So, wo ist mein Straftrupp, den wir jetzt gerade hatten? Hier bist du. Gut. Gucken wir mal, dass wir hier irgendwie hinkommen. Lass wir dann hier ein bisschen Ramba-Zamba machen. Wäre gelacht, wenn wir das nicht packen hören, oder? Schon mal die Eins bereithalten. Okay, dann lass mal regnen. Hier geht zur Unterstützung. Da mit hin. Hier trefft von da aus. Okay. Mal gucken, wo die hier sind. Weiter. Die sind hier. Da sind sie. Werf die Sprengladungen und versuch der Sprengladung. Und los geht's. Ja, jetzt zu Röstenwasser. Sehr gut. Nicht erledigt. Alles klar. Panzer. Geht mal dorthin. Jungs, wie sieht's mit euch aus? Euch rüsten wir nochmal auf. Zerstören sie die zwei verbliebenen Festungen. Okay, da ist was. Nicht meine Stiefel klauen. Scheiße. Ich schieße. Ja, klar schießen die. So beschützt, sie schießen. Wo sind denn hier Panzer? Ich sehe gerade kein Panzer. Oh, komm. Los. Zu nah, verdammt. Los, mach hinne. Wo ist hier hinten ein Panzer? Nee, ist kein Panzer. Versuchen es von der Seite. Interessant. Wir sind bereit zum Angriffsbefehl. Mach den weg. Was ist hier jetzt los? Die lebt immer noch. Wir haben einen Mörser. Ah, nun, warte. Mach den doch mal kalt hier. Es gibt es doch nicht. Meine Güte. Ah, noch eine Pack. Gut, das haben wir. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier vorankommen. Gut, vorwärts. Jux. Genau, wir brauchen dich jetzt mal hier hinten. Ich muss gucken, was da ist. Wollen wir uns jetzt mal einnehmen hier? Wäre gelacht. Wollen wir uns abfackeln? Setz diesen Flammenwerfer ja wehren. Ja, und. Feuer frei. Sehr gut, den haben wir. Ah, verdammt. Einen haben wir verloren. Ja, leichter Wasser auf der Weg. 10,70 Meter wegs. Ja, ich holen, wa? Marsch, marsch. Komm schon. So, was haben wir denn da? Genau. Genau, hol das. Ah, komm schon. Zeigen wir es Ihnen schätzen. Ah, bringt euch mal in Sicherheit. Wir haben einen... Die zweite Stoßtrupparmee bricht an der Wolkow-Front durch. Sehr geil. Oh, das haben wir auch. Oh, das haben wir auch. So, hier hinten haben wir aber kaum Verteidigung oder sowas. Ja, da müssen wir auch noch hin. Oh, ey, ist das für ein Bild. Zeit, dass wir Hilfe bekommen. Zerstören die zwei verbleibenden Festungen. Das ist ja nur noch da hinten, ne? Wir sind beschäftigt. Das ist okay. Okay, du bleibst mal da. Und ihr... Müsst jetzt mal hier irgendwo euch sich hier rüberbewegen. Wir müssen mal abziehen. Ich brauche euch jetzt da hinten. Ich brauche euch jetzt hier hinten. Ihr müsst jetzt mal ein Rambazamba machen. Los. Ah, da hinten ist auch noch so viel Alarm. Hier ist richtig Alarm. Meine Güte. Ich habe nichts mehr. Okay, ihr werdet... euch mal jetzt hier hinten hinbewegen. Nimm das. Nimm die beiden und dann werden wir hier mal... da drauf ballern. So, was haben wir jetzt hier hinten? Die 1. Bisschen vorrücken. Oh. Schmeiß den Bomben. Schmeiß den Bomben. Mach die weg. Mach die weg. Er ist nicht mehr. Los. Fackelt's ab. Wir werden angegriffen. Der hat eine Schöne. Das schlägt sich den Bomben. Oh. Na, na. Na, na. Na. Na, na. 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 Zeit zu gehen, Genossen. Du, Daten. Okay, ähm, meine Jungs hier haben tapfer gekämpft. Wir müssen das hier kaputt machen. Okay, folgendes. Die Eins. Macht den da kaputt. Wir haben jetzt Zugriff auf Straftrupps. Setzen Sie diese Feiglinge gut ein. Ja, vorwärts. Macht das kaputt. So, ihr bleibt dort. Dorthin. Ja, gut. Ähm, reparaturisch Dings. Macht den da fit. Ja, sehr gut. Oh, no, 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 no. Was hat denn jetzt da drauf geschossen? Ah, verdammt. Sind unverfügbar, um fürs Vaterland zu sterben. Strafbataillon erwartet Befehle. Keinen Schritt zurück. Komm, mach den weg da. Wir brauchen nichts. Ach. Da hält aber was aus, ey. Okay, der ist in der Luft. Ja, wir machen ja schon. Wir brauchen einen Nachschub. Wir brauchen einen Nachschub. Äh, können wir noch einen Panzer bauen? Ah, nicht wirklich. Aber ein Halbkettenfahrzeug. Das nehmen wir mit. Vielleicht können die ja jetzt hier schon was machen. Jungs. Das sind Leute, du genau. Okay. Geht mal dahinter. Panzerabwehr, die Straftruppe sind nun verfügbar, um fürs Vaterland zu sterben. Ein neues Halbkettenfahrzeug ist eingetroffen. Hier geht dort hin. Feindliche Truppen greifen uns an. Wir wenden Angst, wir kraften dich um. Hart. Die Beschussung hier an die Feuerwaffe nach uns. Großmachiner. Wir haben einen feindlichen Truppen besiegt. Das tut weh. So, komm. Los. Los. Los, los da. Voll drauf. Okay, die haben wir im Griff. Wir haben einen guten Griff hier. So, wie sieht es aus mit meinem Halbkettenfahrzeug? Wo war das? Was hatten wir hier? Hatten wir doch hier. Wo war es denn? Wo war es denn? Äh. Halbkettenfahrzeug. Upgraden. Okay, hier geht dorthin. Wir haben Verluste bei den Fahrzeugen. Ja, ich weiß. Los. Ähm. Los, Wanda. Brauche ich jetzt da aus. Los, holt ihr die. Okay. Okay, den haben wir. Mach das weg hier. Okay, die haben wir. Gut. Das heißt, wir können jetzt zurück. Eventuell dann hier hin. Oder wir gehen so hin. Keinen Schritt zurück, Genossen. Es kann jetzt Propagandamaterial gegen den Feind eingesetzt werden. Also ich, ich finde, ich finde diese Strafbataillonen gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Ihr holt euch das da oben, wenn möglich. Ich finde die gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Jetzt müssen wir weiter. Und doch sehr vielseitig einsetzbar. Jetzt gucken wir mal hier oben, was hier nur ist. Ihr müsst das Territorium einnehmen. Das ist ein bisschen Glück. Holen wir uns das hier auch noch. Was ist das hier hinten? Oh. Holt euch das. Oh, schnell. Mal rösten. Gut. Hier hinten ist auch noch was. Strafttruppen stehen bereit. Hüsten. Sehr schön. Perfekt. So. Ihr könnt mit dem hier kuscheln. Irgendwo ist ja noch was. Ach, da hinten. Holen wir uns auch gleich. Haben wir es vielleicht doch schon geschafft? Okay. Nice. Jawohl. Haben wir es schon geschafft. Ging ja dann doch zum Schluss relativ easy. Ja. Was bleibt zu sagen. Eine relativ easy Mission. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hinterlasst doch ein Däumchen da oben. Und ansonsten sehen wir uns wieder. Auch wenn der Anfang der Mission etwas chaotisch war. Aber wie gesagt, wir sehen uns wieder bei der nächsten Mission von Company of Heroes 2. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed von Edgaming.tv. Bye, bye. Bis dahin. Befall in the name of it.